Essen. Essen macht mich sehr glücklich. Essen mit Freunden. Lachen ist wichtig. Aber auch Tanzen ist mir wichtig. Ich tanze sehr gerne. Ich tanze, seit ich vier Jahre alt bin. Ballett und Hip-Hop. Aber auch wichtig und was mich auch glücklich macht dabei ist, wenn man sich in seiner eigenen Arbeit verlieren kann. Viele kennen das von den Softwareentwicklern, dass man so in diesem Tunnel ist. Und es ist einfach, wenn man dann arbeitet und in seiner Arbeit drinsteckt und dann ist einfach alles andere verschwindet und wird leiser und man arbeitet einfach nur. Und am Ende ist man fertig, aber glücklich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017